So, dann zweite Sache ist, sich ein Umfeld schaffen. Viele Sünden macht man, sowohl mit Shehawad als auch mit Shubuhad, durch das Umfeld. Wenn du den ganzen Tag mit Leuten zusammen bist, die irgendwelche Sachen machen, die haram sind, in wie vielen Fällen haben wir das schon gesehen, dann bist du auf einmal mit dabei. Du hältst das eine Woche aus, zwei Wochen aus, drei Wochen aus, vier Wochen aus und dann ist es vorbei. Was ist die Alternative? Und so geht es einigen Leuten, die leben in einer Großstadt, wo viele Muslime wohnen. Dann sagt man, boah, mashallah, wir haben eine Großzeit, die leben viele Muslime, ja wunderbar. Schau dir mal die Kriminalitätsrate genau in diesen Stadtteilen an, wie es da aussieht. Die meisten davon sind ja nicht unbedingt praktizierend. Was brauchst du aber dann? Du kannst dich ja nicht einbuddeln oder im Wald gehen, eine Blockhütte bauen oder so. Also musst du eine Alternative haben. Bau dir einen Freundeskreis auf. Alhamdulillah, ihr habt ihr die Nirma, die große Nirma, dass ihr die beste Moschee Deutschlands hier im Braunschweig habt. Alhamdulillah. Wo ist der Chef? Ist nicht da. Okay, die Werbung war umsonst beim nächsten Mal. Kostet das was. Tschallah. Nein, ist mein Ernst. Vielleicht gibt es auch irgendeine Moschee, die ich nicht kenne. Aber ich denke, dass die die effektivste Arbeit machen. In ihrem Bereich. Für ihr, bei dem Potenzial, was sie haben. Weil hier haben wir natürlich eine kleinere Stadt. Vielleicht gibt es eine andere, größere Stadt, wo es mehr Jugendliche gibt, wo die Moschee mehr Geld hat. Aber ich finde, Weltklasse, Mashallah. Unterstützt die Leute deswegen auch. Und versucht euch hier einen Freundeskreis zu bilden. Guck mal, es hat alles was mit Geselligkeit zu tun. Viele Leute gehen in die Disco, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Oder gehen die in die Spielhalle, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Weil der Mensch braucht Geselligkeit. Der Mensch braucht Geselligkeit. Der Mensch braucht Geselligkeit. Und wenn du dir eine falsche... Und deswegen aber guck mal, was es für einen Spaß macht. Im Ramadan zusammen etikaf zu machen. Okay, dieses Jahr haben wir das nicht... Ging das nicht wegen hier Covid-19. Aber ansonsten geht das. Wie viel Spaß macht das, zu unterrichten zu kommen und zusammen zu sitzen. Danach geht man nach Hause. Der Iman ist gestärkt. Macht total Spaß. Wie viel Spaß macht das, Dauer zu machen? Wie viel Spaß macht das, Gutes zu tun? Man muss nur die Aktivität in etwas Positives umsetzen. Es gibt für alles eine Alternative im Islam. Es gibt für alles eine Alternative. Was ist die Alternative für Sina? Heiratung. Was ist die Alternative für Alkohol? Orangensaft. Es gibt so viele leckere Getränke. Was ist die Alternative für Schweinefleisch? Hähnchen. Döner. Mit Reis. Alhamdulillah. Es gibt so viele schöne Alternativen. Wir müssen gar nicht am Haram festhalten. Perfekt. Das heißt, umweltschaffen. Der Prophet, a.s.w. sagte, das Beispiel von dem, der mit einem guten sitzt, von einem rechtschaffenen Sitz, ist das Beispiel von jemandem, der mit einem Missverkäufer sitzt. Du sitzt mit dem Missverkäufer. Leckerer Duft. Oder du kriegst etwas ab. Und das Beispiel von dem, der mit einer schlechten Person sitzt, sinngemäß ist, wie der mit einem Schmied sitzt. Die Klamotten schicken danach, danach. Oder du kriegst einen Funken auf die Kleidung und die Kleidung geht kaputt. Kommt ein Löcher rein. Und der Prophet sagte, Eine Person ist auf der Religion seines engsten Freundes, soll jeder schauen, wen er sich zum engsten Freund nimmt. Wir haben so viele Alternativen. Nur wir sind zu blöd, die zu nutzen. Das ist das Problem. Warum machen wir? Warum gehen wir nicht zusammen Fußball spielen am Wochenende? Warum machen wir nicht was, was ich? Paintball, Tournament. Okay, nee, dann werden wir festgenommen. Das geht auch nicht. Aber sowas in der Richtung. Irgendwelche Sachen, die Spaß machen. Heißt ja nicht, dass man unbedingt jetzt den ganzen Tag in der Moschee sitzt. Man kann so viele Sachen, es gibt so viele Alternativen. Wir haben auch Grillabende gemacht mit Unterrichten und so weiter. Das sind alles Sachen, die den Leuten Spaß machen. Ein bisschen Fußball spielen, ein bisschen Grillabend, dann noch ein Ders machen. Perfekt. Und jeder fühlt sich wohl. Und deine Frau ist auch froh. Alhamdulillah. Du kriegst keinen Ärger mit der. Die sagt dann nicht, wo warst du? Ich war mit Brüdern, Grillabend. Nicht irgendwo was, was ich wo. Aber Alhamdulillah, so sollten wir uns auch verhalten. Es gibt so viele Alternativen. Nur wir müssen die nutzen. Wir müssen die selber in Angriff nehmen. Umfeld schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017